Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spookys Haus of Jumpscares. Ich will nicht. Ich weiß nicht, warum viele fucking Räume dieses Spiel hat. Wahrscheinlich viel zu viele, ey. Oh. Jetzt sieht's... Ich hasse dich. Es ist einfach fucking laut. Und das erschreckt eigentlich einen. Glaube ich. Oh, meine Ohren. Komm. Hallo, Kürbis. Eigentlich ist es lächerlich, dass man vor sowas erschreckt. Oh, grün. Was geht dir eigentlich noch? Du bist jetzt kein Monster. Gar nix. Ich hoffe, es wird auch so bleiben. Oh, nice. Oh. Ah, okay. Das sind also Räume, wo man erraten muss, wo denn man durch muss. Ich habe ein bisschen Angst, dass wieder gleich ein Vieh kommt, das mich töten will. Ich gehe mal hier durch. Oh, es war richtig, Gott sei Dank. Aber man hört noch nix bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, ein Kronleuchter. Schön. Ist da eine Notiz? Nee. Wahrscheinlich sollte ich nicht so lange an dem Ort verwallen. Hier sind Gefängniszellen. Ah, grün. Ich finde grün irgendwie cool. Das sieht gar nicht so gruselig aus. Oh. Alter, wie groß ist dieses Haus, bitte? Und wie tief. Und... Diese Musik macht mich nervös. Nein! Oh. Sieht aus wie eine... Space Station. Und hier ist irgendwas kaputt ausgegangen. Und auch eine... Subject fear is growing more and more restless. Although it's spook, we need more funds for sedatives. But she just laughed and flew into the sailing. Without more chemicals, so keep these things decide. I'm not sure how much longer we can keep them here safely. Ich glaube, da ist leider nicht mehr viel von einem Vieh anwesend. Ich habe Angst. Es ist so. Hä? Habe ich irgendwas vergessen? Hä? War das... Okay, hier ist noch so eine Karte. Jetzt. Oh oh. Ich bin weiter. Ich habe Angst. Ich glaube, Subject ist los. Das Glas in der Kontainer ist schädiert. Und ich kann fatally helfen. Klicke kommen von der Sailing. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Wenn es raus ist und es ist, dann ist es wahrscheinlich mein Leben. Last Report. Der Klicken ist getting louder, nein. Genau. Ich höre das auch. Hm, hm, hm. Jetzt folgt mich schon das nächste Monster. Ist ja klar. Kommt es dann aus diesen Löchern da? Ist es gleich wie vorhin? Oh, gleich geht das Klicken doch wieder an. Ja. Oh oh. Ich habe Angst. Nein. Bitte, geh weg. Leave Britney alone. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht, ehrlich gesagt. Lass mich einfach in Ruhe. Ja? Danke. Tschüss. Tschüss. Hä? Machen wir das über Löcher? Hä? Kann es dann überall kommen? Ich gucke trotzdem nach Notizen. Ah, grün. Grün ist toll. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und nicht des Bösen. Ich habe eher Angst vor den Lila. Oh nö. Richtig. 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 Ja, ich wusste es noch. Ah. Okay. Okay, hier ist nix. Grün ist toll. Ich glaube, ich habe das Monster abgehängt. Aber ich bin mir noch nicht... Cool. Mrs. Spook. Get ready. Press Backspace Access. Oh. Ich bin ein Geist. Cool. Oh. Das war das Brutale. Für euch ist es gerade noch kleiner als für mich. Also nicht wundern, ne? Moment kurz. Ich habe eine Idee. Jetzt sieht man, dass es einen kleinen Rand hat. Moment. Spiel, please. Ich weiß, dass es gerade etwas gefährlich ist. Aber ich möchte es gerne haben, so wie ich möchte. Das ist mit dem Automaten so ist, ist wahrscheinlich normal, ja. Start. Buch. Buch? Muss ich... Ah. Geil. Geil. Wir stechen Leute... In... Der... Wie heißt? Äh... einkaufsmeinung das könnte ich den ganzen tag machen das macht sehr viel spaß und dass es bei euch gerade so aussieht ist normal weil ob es meint es hat sich einfach in spooky geändert wirklich spooky aber ich habe eine idee moment eigenschaften bild auf bildgröße stecken so szene bearbeiten szene bearbeiten ja so ist es doch viel wesentlich besser jetzt seht ihr gerade etwas komisch sorry aber für mich ist es um einiges angenehmer einzustellen jetzt ist es perfekt seht ihr es tut mir leid dass das war 141 und diese kleinen räume fand ich lustig gleich geht doch das geklick wieder los ich gehe jetzt hier durch ist mir egal ob es falsch oder richtig ist ich wusste es 144 cooler sitzstuhl das sind bestimmte entwickler oder streamer ich glaube streamer kann ich jungen jetzt machen cat dos enter es ist best im database wo die vier haus layout specimen ach wie cool ist das denn doch sie verteilt das vor haupt mit tot heart attack akkuat bot kassel figure ok kann ich das ok warte geh mal zurück es sind ja die viecher und wie haus layout error kann ich das vielleicht irgendwann machen ach das sind die monster type active totally fatless 137 method physical tiering und was ist ein besonderes speckter und hat in freckendlich jade smarter states provides very effective against we come or slowly subjects das war das typ ach das ist das klick teil m active in testing fatalities 43 infections bites attest basement being developed agar labs Proof useful when released. Files have shown adequately effective to average subjects. Oh, ein Mädchen. Das kommt also später. Time active. Fatalities. 85 Consumation. Ein vierze Hohenath. Century Spirit that was contained and relocated here. Tests have yet to release origins, but all relevant information has been placed into testing chamber. Profit effective, but not greatly more than previous specimens. Also okay, eigentlich normal. Das Vieh. Active. Fatalities. 167 Methode. Unbekannt. A creature found inside a church of a small town. Subjects are lost after contact with the specimen. Current method of killing is unknown. Provide extremely effective against subjects with mental illnesses or weak wills. Error. Bei... Error. Okay, mehr geht noch nicht. Das heißt vielleicht später. Das finde ich cool, dass man das machen kann. Oh, ich hasse diesen Raum. Ist der Stuhl wieder... Ja. Ja, eigentlich ist es voll einfach. Man sieht ihn einfach von Weitem. Da ist nix drauf, ne? Kann man hier irgendwas machen? Eine Gabel. Irgendwie hab ich Angst hier. 148. 149. Oh, hier ist ein tot... Das ist der tote Writer. Das ist der, der geschrieben hat wahrscheinlich. Hat der noch was geschrieben? Nein. Hang in there. Tut mir leid. Kann ich dir was klauen? Irgendwas? Eine Waffe? Vielleicht die Feder? Gib mir die Feder bitte. Gib mir sie einfach. Oh, Mann. Da, 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 da. Hä? Und jetzt geht's weiter. 150. Och, nö. Man hört doch jetzt schon ein Vieh. Das ist nicht... Gut. Fick dich. Fick dich jetzt. Geh weg. Geh weg. Lauf, 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 schlappe. Lauf, lauf, schlappe. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Forrest, lauf. Ich hasse, es verfolgt zu werden. Geh weg. Geh weg. Das Vieh ist doch hinter mir. Wie gemein das Spiel ist. Ich hasse das Spiel. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Egal, wo du bist. Wir haben etwas über das gelesen. Wenn man langsam ist, erwischt es einen. Aber wenn man schnell ist, erwischt es einen nicht. Kann das mal aufhören. Das nervt. Es ist immer noch da. Es ist hinter uns. Ich hab's gehört. Es hat aufgehört. Oh. Wenn es aufhört. Ein Klassenraum. Soll das eine Anekdote an Korpsparty sein? Kann man hier irgendwas machen? Kinder. Es ist Schulzeit. Also ich geh davon aus, wenn die Musik wirklich weg ist, dann kommt auch kein Monster mehr. Sonst werde ich es bitter bereuen. Anscheinend kann man mit sehr viel interagieren. Oh. Hi. Au. Hi. Du machst auch weh. Okay. Ist ja gut. Hab's ja kapiert. Auch wenn da noch irgendwas ist. Wann hier auch rein? Hast du hier noch mehr? Ja, hat es. Und da hinten ist irgendwas. Dino raus. Ich geh den Mann nicht zu nahe. Kätzchen. Toll für Kätzchen. Tschüss. Und schön mit euch. Schön, dass es hier eine Schule hat. Und jetzt geht's. Could it really be true? I thought the fairy tales about the girls eating children who sneak in after claspers just keep us from this sobering. But Matsuri is still missing. Die Musik hat aufgehört. Muss das sein? Kommt jetzt das nächste Vieh? Ja, kommt's. Warum so viele Viecher? Sie ist nicht anders als alle anderen. Oh, dieser Raum ist gemein. Ich bin etwas langsamer. Dann kommt sie mir hinterher. Hi. Au. Hi. Das arme Mädchen. Wir haben ja etwas über sie gelesen. Und ich hasse sie jetzt schon. Na ja. Ist halb so schnell. Okay, es hat aufgehört. Das heißt, sie ist weg. Ich glaube, das Ziel ist es wirklich, ein paar Räume weiter zu kommen, als das Vieh. Oh. Hi. Ich habe mich nicht mal erschrocken. Da ist der Stuhl. Das ist hier knackst und so ist nicht so toll. Kein Stuhl. Doch, äh, Tisch meine ich. Da ist auch keine Notiz oder so. Also, unser schöner Schreiber ist leider auch schon weg vom Fenster. Und ich hätte gerne eine Waffe, wenn die schon eine Waffe hätten kriegen können. Und warum kriegen wir diesen Raum zweimal nacheinander? Mysteriös. Schon wieder? Ja. 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 Ich bin ja schon weg. Und wieder dieser... You spin my head right round, right round. Raum. Das ist ein langer Gang. You are here. Das ist ja mal geil. Juhu. Ah, hier. Wo bin ich denn? Aha. Das ist also Spookys Haus. Das verändert sich dauernd. Okay. Ein Stuhl ist gefangen. Ein Tisch. Böser Tisch. Und böser Stuhl. Das habt ihr auch wieder mal angestellt. Hier haben wir nichts. Und ein Stuhl. Und ein Tisch. Und nichts. Und... Ja. Kürbis. Oh, hier ist wieder die Artenbank. Enter. ASUS Database. 6. Error. Merdify House Layout. Error. Das heißt, wir können immer noch nichts machen. Exit Program. Dieser Raum wird langsam langweilig. Ich hätte so am Ende kriegt man einfach alle auf einmal hinterher geworfen an Monstern. Oh. Jetzt, wo ich automatisch hier durchgehe. Es ist natürlich kein normaler Gang mehr. Fick dich Spiel. Ich werde jetzt nicht rennen, wenn es nicht nötig ist. Aber... Ich habe Angst. Lalalala. Ja. Grün. Nein. 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 Er war gerade gekommen. Hang in there. Und... Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns den Schrecken antun. Warum auch... Warum muss ich das tun? Wir sehen uns... wieder. Ciao.